Männer Männer nehmen den Arm, Männer geben Geborgenheit, Männer weinen heimlich, Männer brauchen viel Zärtlichkeit und Männer sind so verletzlich. Männer sind auf dieser Welt einfach unersetzlich. Männer kaufen Frauen, Männer stehen ständig unter Strom, Männer baggern wie Blöde, Männer lügen am Telefon und Männer sind allzeit bereit. Männer bestechen durch ihr Geld und ihre Lässlichkeit, Männer haben schwer nebens leicht, Außen hart und innen ganz weich. Werden als Kind schon auf Mann geeicht. Wann ist ein Mann ein Mann? 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 Und Männer sind einsame Streiter, müssen durch jede Wand, müssen immer weiter. Männer haben's schwer, nebens leicht, außen hart und innen ganz weich, werden als Kind schon auf Mann geeicht. Wann ist ein Mann ein Mann? Wann ist ein Mann ein Mann? Wann ist ein Mann ein Mann? Männer führen Kriege, Männer sind schon als Baby blau. Männer rauchen Pfeife, Männer sind furchtbar schlau. Männer bauen Raketen, Männer machen alles ganz, ganz genau. Wann ist ein Mann ein Mann? Wann ist ein Mann ein Mann? Männer haben's schwer, nebens leicht, außen hart und innen ganz weich, werden als Kind schon auf Mann geeicht. Wann ist ein Mann ein Mann? Wann ist ein Mann ein Mann?